GEMEINSAM KÖNNN WIR ALLES ERREICHEN GEMEINSAM KÖNNN WIR ALLES ERREICHEN Ich habe kein Ziel In allem steckt Magie. Viel Glück. Alles wird gut. Euer Kommen erfreut mich. Lasst euch nicht den Wind unter den Schwingen nehmen. Ich habe kein Ziel für den Schwingen. 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 Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel für den Schwingen. 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 Ich habe kein Ziel für den Schüssel. Ich habe keinen Ziel für die Schwingen. Ich habe kein Ziel für den Schwenen. Maligos, seid ihr zurückgekehrt? Ihr hört diese Stimme auch, oder? Sie ruft nach Maligos, dem früheren blauen Drachenaspekt. Schwur, Steil, wartet. Wir werden schon bald erfahren, welche Geheimnisse die Archive bergen. Kommt bald wieder. Erschreckt nicht. Meine Spiegelbilder werden bald verschw... Die Spiegelbilder werden bald wieder zurückgekehrt. Schreie, die Schreie, die Schreie, die Schreie... Schreie, die Schreie, die Schreie... Das war's für heute. 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 Das zeigt, ihr habt noch Hoffnung für unsere Art. Kind meines Schwarms, sollen wir zusammen diese Hoffnung Realität werden lassen? Nichts würde mir mehr Freude bereiten. Was müssen wir tun? Ihr seid faszinierend. Das war's für heute. Viel Glück euch beiden. Wenn die Tuskar noch leben, werden sie die Positionen der großen Ley-Linien kennen. Kind, ihr starrt mich an, statt zu gehen. Habt ihr noch etwas zu sagen? Verzeiht. Ich habe viele Legenden über euch gehört. Mir schwört der Kopf von all den Fragen. Mir ebenso. Zehntausend Jahre zu verpassen, ist eine sehr lange Zeit. Mein Guter, bitte berichtet mir, was ich verpasst habe, wenn alles vorbei ist. Und ich werde euch helfen, der wahre Aspekt des Blauen Drachenschwarms zu werden. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich werde euch dieser Jaран Löwen module weiterholen. Ich werde euch bereit und verte brincar. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kirin Tor heißen euch willkommen. Geht mit offenen Augen und wachem Geist. Ich habe viele Glückspringer. Wollt ihr einen? Mögen eure Füße gute Pfade finden. Seid vorsichtig. Dieses Land steckt voller Magie. Ihr sprecht seid vorsichtig. Die Tusker quasseln euch ein Ohr ab, wenn ihr sie lasst. Oh, eure Waren sind besser als was? Leichlinien? Meint ihr Teiche oder Flüsse? Was erzählt ihr für einen Unsinn? Woher kommt ihr? Überall im Land gibt es Magie. Sie steckt in jedem Stein, Baum, Tier. Die Legende von Fuchsrose 4 C besagt, es war einmal... Seid gegrüßt, Fremdling. Oh, die Glimmerhöhen! Ja, die sind überall. Wir halten uns von ihnen fern. Häuptling Ponoliak weiß mehr über diese Dinger. Ponoliak ist gestorben. Brenna ist jetzt Häuptling. Ah, stimmt. Sie ist vor kurzem mit dem Bestattungszug hier vorbeigekommen. Ihr habt sie gerade verpasst. Schnelle Beute, sei euch gewiss. Mit dem Drachen werdet ihr in kürzester Zeit bei ihnen sein. Können Sie sich aus dem Faden? Geben? Geben. Sehr gut. Geben. 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 Haltet durch, Hanu. Tot nützt ihr Noruk nichts. Noruk! Es ist immer gut, jemand Neues zu treffen. Keine Zeit zum Plaudern. Knolle haben unsere Karavane angegriffen. Meine halbe Familie wurde entführt und viele sind verwundet. Wir reden, wenn meine Familie in Sicherheit ist. Genug gewartet. Ich muss Noruk retten. Hanu, wartet! Bitte, ich wäre euch wirklich für jede Hilfe dankbar. Bis zum nächsten Treffen. Seid wachsam. Nichts ist so gerissen und grausam wie ein Schattenpfoten-Gnoll. Troll? Hier gibt es keine Trolle. Ähm, gewiss, Älteste. Wunder. Wunder. Das war's. Ich brauche ein Ziel. Lass die Hyänen los! 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 Die Hyänen los! Lass die Hyänen los! Lass die Hyänen los! Lass die Hyänen los! Lass die Hyänen los! Ich schaffe das! Lass die Hyänen los! Lass die Hyänen los! Lass die Hyänen los! 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 Die Hyänen los ! Die Hyänen los! Das war's. 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 Das war's.